Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zur jetzt neunten Folge, VarusWords 4 zusammen mit dem lieben Richard Tritti. Genau, ich bin auch dabei. So, wir machen heute nach oben. Ja, und würde ich sagen, drei, zwei, eins, drauf. Als ob bei mir einfach mit neben mir ein Skelett. Hilfe, ich kann nichts machen. Ich werde ertrinken. Ah, hab's gekillt. Ich ertrinken. Ich bin immer noch, ich bin in Wasser. Ja, komm, du bist gleich wieder da, guck jetzt. Okay, den Spawner looten wir noch schnell. Ich muss gleich, ey, Junge, ich schwimm war ja früher extrem scheiße. Ja, richtig belastend. Bin jetzt Level 23. Ähm, wir wollen ja wieder zurücklaufen, da wo Dings war. Ja, also da oben ist der Spawner, wollen wir da hin? Ähm, hast du... Da war ja die Klinge da. Na, hast du den jetzt... Nee, ich konnte da nicht rein, das sind Skelette. Und ich muss was essen. Ich hab keinen, doch noch. Ich weiß nicht. Da ist ein Keeper, ne? Ich wollte es so gesagt. Creeper, was ist? Ui! Du willst nicht wissen, wie viel Herz ich noch hatte. Zwei, eins... Ein Herz! Wo sind die denn? Ich baue mich erst mal ein. Ach, da vorne ist dieses Kacks gelettet. Halleluja. So. Von wo? Da sind sogar zwei Kisten drin. Ey, ich... Oha, Eimer. Brauchen wir Eimer? Ich weiß nicht. Name-Tag. Oder... Weizen. Noch mehr Eimer. Das ist absolut nur Schluss drin. Nur Müll. Hast gehört? Nur Müll. Wir können weitergehen. Wir bauen das nach oben. Ja, ich dachte, du wolltest die Strecke verdingst. Deswegen ja, deswegen wir gehen zurück und dann... Letzt... Ey, warte, ich gebe hier noch... Achso. Äh... Auf geht's um... Äh... Äh... Nein, doch nicht da lang hier. Ja? Oder? Hä? Hä? Ich habe komplett eure Idee verloren. Egal. Hoch jetzt. Ja, aber irgendwo ging es doch rein. Achso. Na gut, ähm... Komm, auch. Hoch jetzt. Los. Ach, das war hier. Ja, ja, gut. Ja, dann müssen wir nochmal zurück. So, wir gleich hochbauen. Ja, gut. Das ist nochmal. So, Weg. Du kannst in der Zeit noch was brutzeln. Warte. Ja. Ah, check. Mach ich. Ihr nehmt mal das Zeug. Hast du? Was liegt denn noch? Ich habe alles sorgsame, glaube ich. Okay, ne, lohnt sich doch noch nicht. Also, soll ich wieder abbrechen oder was? Wo bist du jetzt hin? Einfach den Weg nach oben gefolgt. Den Weg nach oben? Ja. Hab's denn deinen Weg nach oben? Ja, gut, egal. Äh, ich geh, ich geh zurück und nimm den anderen Weg nach oben, weil ich schneller oben bin. Wir sind eh allein aus der Zeit. Nein. Nimm, komm jetzt hinterher. Nein, ich wusste nicht, wo du bist. Lass mich. Ich geh jetzt den Weg nach. Jetzt komm. Nein. Nein, ich weiß nicht, wo das ist. Warte, ich komm zurück. Nein, ich bin schon auf dem Weg nach oben. Komm, ich bin jetzt wieder da. Ich bin aber schon auf dem Weg. Hast du alles mitgenommen? Ja. Alles, was ich dir gegeben habe? Das Gold? Ja. 35 hatte ich. Komm mich hoch. Dann sehen wir als erstes hoch. Ja, mal sehen. Ist ja Gott sei Dank kleiner auf dem Server. Ja. Gött man sich. Ich bin übrigens schon beim Sandstein. Echt, schon? Ja. Welche Höhe? Ich will ja nicht uns überwarten. Ja, gut. Ich bin wahrscheinlich doch schneller oben. Egal. So, bin oben. Ja, gut. Ich brauche noch zwei Sekunden. Wenn jetzt deine Falle in Geburt hat, kotze ich, Alter. Das wäre richtig mies. Bin ich denn überhaupt? Ah, ich weiß von wem das ist. Perfekt. Wo bist du? Bin oben. Ja, wo? Oben. Ähm. Wo so kleine Inseln sind. Treffen uns im Server, oder? 160, 180. 160. Geht in die Richtung. 180. Okay. Hier ist ja viel weiter weg von mir. Okay, ich komme da hin. Ah, ich weiß, wie da war. Ah, davon ist es tätig. Ich sehe dich schon. So, wohin? Ich würde sagen, wir müssen ja erst mal eh irgendwo. Irgendwo, wo Wasser ist, wo schnelles Zuckerrohr einpflanzt. Ja, kannst ja gleich unten machen. Und ich hole da rein. Tiere. Soll ich die Hühner töten? Ich weiß nicht. Ich würde hauptsächlich wieder auf Rind gehen für Bücher. Das ist die erste Priorität. Aber wir brauchen halt auch Hühner für Pfeile. Das ist richtig. Man, wir sind hier in einem Burkengebiet. Lass mal irgendwo hingehen, wo es auch Dings gibt. Normale und mit in K ich hätte gern so viel schon mitnehmen wir sind so das ist gut im Stumpf bei euch direkt an der Akkursen wichtig ein er hätte den Bogen noch gar nicht Wo bist du denn? Hier. Hier, hinter dir. Dein Bogen. Da. Wo? Ja. Oh, da sind richtig viele Kühe. Jawoll. So, 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 so. So, 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 so. So, 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 so. So, 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 so. So, 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 so. So, 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 so. So, 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 so. So, 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 so. So, 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 so. hat er hat sich für kraftlich erholen dir der Portet sich die ganze Zeit wegen dem Wasser ich will ihn angucken komm ich schaue jetzt mal die eigenen Rüstung weg ok eisenrüstung weg kommt das ne naja persönlich mit viel Platz weg so ich hab jetzt schon 11 Leder guck mal noch um ob ich noch mehr finde da kür reichnen bist du für die wo es ja kräft wie viel Prozent Prozent und 1 20 die Zuckung macht recht dann erstellt es daneben ich bin 3 haben noch eine also 2 wo es sich hinstellen die Kinder durch die zwei auch in die Mutter gestellt hat da vorne welches vielleicht 20 Sekunden vorbei ich versuche nur noch alle Äpfel einzusammeln 3 3 3 3 2 noch mal 3 nächste Folge Let's go alle Leute wie wenn ich dann noch 3 Sekunden 3 3 er du nimmst haben oder ich nehme Schwein ja haben wir noch irgendwas was hast du jetzt schon mitgenommen äh ich hab Zuckerrohr Äpfel äh in der Äpfel von Fleisch habe ich Hühnchen und äh Hamel du hast Hamel dann nehme ich ähm Schwein noch super ja das war's von der neunten Folge Aros Birds 4 ich hoffe euch hat die Folge gefallen und wir sehen uns bei der nächsten Folge Ciao 4 4 5 und